Die Welt zu einem besseren Ort zu machen, mag wie eine gewaltige Aufgabe erscheinen. Doch jeder von uns besitzt die Macht, positive Veränderungen herbeizuführen. Diese Veränderung beginnt oft bei uns selbst und breitet sich wie Wellen im Wasser aus, die schließlich weitreichende Auswirkungen haben können. In unserem heutigen Podcast stellen wir Dir einige inspirierende und oftmals unterschätzte Wege vor, wie Du die Welt zu einem besseren Ort machen kannst. Wenn Du noch nicht Teil unserer großartigen Gemeinschaft bist, dann laden wir Dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Beiträge mehr zu verpassen. Nummer 1 – Kleine Taten der Freundlichkeit Eine der einfachsten und dennoch wirkungsvollsten Möglichkeiten, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, sind kleine Taten der Freundlichkeit. Ein Lächeln, ein aufmunterndes Wort oder eine helfende Hand können das Leben eines anderen Menschen erheblich aufhellen. Stell Dir vor, Du stehst in einer Schlange im Supermarkt. Die Person vor Dir hat nur weniger Artikel, während Du einen vollen Einkaufswagen hast. Lass sie vorgehen. Diese kleine Geste kann ihren Tag retten und vielleicht sogar eine Kettenreaktion der Freundlichkeit auslösen. Freundlichkeit ist ansteckend und kann sich auf wundersame Weise verbreiten. Nummer 2 – Nachhaltiger Lebensstil Nachhaltigkeit ist ein entscheidender Faktor, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Indem Du bewusstere Entscheidungen triffst, kannst Du dazu beitragen, die Umwelt zu schützen und die natürlichen Ressourcen zu bewahren. Beginne damit, Deinen Energieverbrauch zu reduzieren, indem Du elektrische Geräte ausschaltest, wenn Du sie nicht benutzt und auf energieeffiziente Geräte umsteigst. Achte darauf, weniger Plastik zu verwenden, indem Du wiederverwendbare Taschen, Flaschen und Behälter nutzt. Recycle, wo immer es möglich ist, und kaufe lokal und saisonal ein, um den CO2-Ausstoß zu minimieren. Jeder kleine Schritt in Richtung Nachhaltigkeit hat eine große Wirkung. Nummer 3 – Freiwilligenarbeit Freiwilligenarbeit ist eine weitere, großartige Möglichkeit, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Es gibt zahlreiche Organisationen und Projekte, die auf freiwillige Helfer angewiesen sind, um ihre Mission zu erfüllen. Ob Du Deine Zeit in einem Tierheim, einer Suppenküche oder einer Nachhilfeeinrichtung spendest, Deine Unterstützung kann einen großen Unterschied machen. Freiwilligenarbeit gibt Dir nicht nur das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun, sondern verbindet Dich auch mit Deiner Gemeinschaft und schafft ein starkes Gefühl der Zusammengehörigkeit. Nummer 4 – Bildung und Wissen teilen Wissen ist Macht und das Teilen von Wissen kann transformative Auswirkungen haben. Ob Du ein Experte in einem bestimmten Bereich bist oder einfach nur eine Leidenschaft für ein bestimmtes Thema hast, nutze Deine Fähigkeiten, um anderen zu helfen. Biete kostenlose Workshops an, halte Vorträge in Schulen oder Universitäten oder teile Dein Wissen über soziale Medien. Bildung und Wissen teilen bedeutet, anderen die Werkzeuge zu geben, die sie benötigen, um selbst positive Veränderungen herbeizuführen. Nummer 5 – Achtsamkeit und Mitgefühl Achtsamkeit und Mitgefühl sind Schlüsselelemente, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Indem Du achtsam und mitfühlend mit Dir selbst und anderen umgehst, kannst Du eine Atmosphäre des Friedens und der Harmonie schaffen. Praktiziere Achtsamkeit durch Meditation, Yoga oder einfach nur durch bewusstes Atmen und Innehalten. Mitgefühl kannst Du üben, indem Du Dich in die Lage anderer versetzt und ihre Perspektive verstehst. Diese Praktiken fördern nicht nur Dein eigenes Wohlbefinden, sondern beeinflussen auch positiv die Menschen um Dich herum. Nummer 6 – Soziale Gerechtigkeit und Gleichheit fördern Soziale Gerechtigkeit und Gleichheit sind zentrale Pfeiler einer besseren Welt. Setze Dich aktiv für die Rechte und das Wohl aller Menschen ein, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Geschlecht, ihrer sexuellen Orientierung oder ihrem sozialen Status. Dies kann durch Teilnahme an Demonstrationen, Spenden an Organisationen, die für soziale Gerechtigkeit kämpfen oder durch Aufklärung in Deinem Umfeld geschehen. Jeder Schritt in Richtung einer gerechteren Gesellschaft trägt dazu bei, die Welt zu einem gerechteren und friedlicheren Ort zu machen. Nummer 7 – Unterstützung von kleinen Unternehmen und fairem Handel Indem Du kleine, lokale Unternehmen unterstützt und Produkte aus fairem Handel kaufst, trägst Du dazu bei, wirtschaftliche Ungleichheit zu verringern und die lokale Wirtschaft zu stärken. Kleine Unternehmen sind oft das Rückgrat der Gemeinschaft und bieten einzigartige Produkte und Dienstleistungen, die von Herzen kommen. Der Kauf von fair gehandelten Produkten stellt sicher, dass die Produzenten einen gerechten Lohn erhalten und unter fairen Bedingungen arbeiten. Dies fördert nicht nur die wirtschaftliche Gerechtigkeit, sondern auch die nachhaltige Entwicklung in vielen Teilen der Welt. Nummer 8 – Sich politisch engagieren Politisches Engagement ist ein mächtiges Werkzeug, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Setze Dich für politische Veränderungen ein, die auf soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz und Menschenrechte abzielen. Beteilige Dich an Wahlen, unterstütze politische Kandidaten und Parteien, die Deine Werte teilen, und nimm an lokalen Versammlungen und Protesten teil. Durch politisches Engagement kannst Du dazu beitragen, Systeme und Strukturen zu verändern, die Ungerechtigkeit und Ungleichheit aufrecht erhalten. Nummer 9 – Freundschaft und Unterstützung Die Macht der Freundschaft und Unterstützung darf nicht unterschätzt werden. Sei für Deine Freunde und Familie da, unterstütze sie in schwierigen Zeiten und feiere mit ihnen ihre Erfolge. Eine starke Gemeinschaft, die auf Vertrauen und gegenseitiger Unterstützung basiert, ist die Grundlage einer besseren Welt. Indem Du starke, unterstützende Beziehungen pflegst, schaffst Du ein Netzwerk von Liebe und Fürsorge, das weitreichende, positive Auswirkungen haben kann. Nummer 10 – Kreativität und Kunst Kreativität und Kunst haben die Fähigkeit, Herzen zu berühren und Veränderungen zu inspirieren. Nutze Deine kreativen Talente, um Botschaften der Hoffnung, Liebe und Transformation zu verbreiten. Ob durch Malerei, Musik, Schreiben oder Tanz, Kunst kann eine kraftvolle Methode sein, um wichtige Themen anzusprechen und Menschen zu inspirieren, aktiv zu werden. Deine kreativen Werke können andere motivieren, ebenfalls kreativ zu werden und ihre Talente zur Verbesserung der Welt einzusetzen. Nummer 11 – Authentizität und Ehrlichkeit Authentizität und Ehrlichkeit sind essentiell, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Sei authentisch in Deinem Handeln und Deinen Beziehungen und lebe Deine Wahrheit. Menschen fühlen sich von Ehrlichkeit und Authentizität angezogen und diese Eigenschaften fördern tiefere, ehrlichere Verbindungen. Indem Du authentisch und ehrlich bist, ermutigst Du andere, dasselbe zu tun und schaffst eine Kultur des Vertrauens und der Transparenz. Nummer 12 – Persönliche Entwicklung und Wachstum Die Arbeit an Deiner eigenen persönlichen Entwicklung und Deinem Wachstum ist ein wichtiger Schritt, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Indem Du Dich selbst verbesserst, kannst Du ein besseres Vorbild und einen positiven Einfluss für anderen haben. Nimm Dir Zeit für Selbstreflexion, lerne aus Deinen Fehlern und arbeite kontinuierlich daran, ein besserer Mensch zu werden. Deine eigene Transformation kann andere inspirieren und einen bedeutenden Beitrag zur kollektiven Verbesserung der Welt leisten. Nummer 13 – Dankbarkeit und Positivität Dankbarkeit und Positivität können mächtige Werkzeuge sein, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Indem Du Dankbarkeit praktizierst und eine positive Einstellung bewahrst, kannst Du Deine eigene Stimmung und die Menschen um Dich herum verbessern. Führe ein Dankbarkeitstagebuch, in dem Du täglich drei Dinge aufschreibst, für die Du dankbar bist. Teile positive Nachrichten und Geschichten und versuche in jeder Situation das Gute zu sehen. Diese Praxis kann dazu beitragen, eine positive, optimistische Atmosphäre zu schaffen, die weitreichende Auswirkungen hat. Nummer 14 – Mentoring und Unterstützung Mentoring und Unterstützung junger Menschen können eine tiefgreifende Wirkung auf die Zukunft haben. Teile Deine Erfahrungen und Dein Wissen mit der jüngeren Generation und unterstütze sie dabei, ihre Ziele und Träume zu erreichen. Indem Du als Mentor fungierst, hilfst Du jungen Menschen, ihre Potenziale zu erkennen und zu entfalten. Diese Unterstützung kann lebensverändernd sein und dazu beitragen, eine neue Generation von Menschen zu formen, die bereit sind, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Nummer 15 – Positiver Umgang mit Herausforderungen Ein positiver Umgang mit Herausforderungen und Rückschlägen ist entscheidend, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Anstatt sich von Schwierigkeiten entnotigen zu lassen, sieh sie als Chancen für Wachstum und Lernen. Diese Einstellung kann Dich resilienter machen und Dir helfen, auch in schwierigen Zeiten positiv zu bleiben. Deine Fähigkeit, Herausforderungen mit einem positiven und lösungsorientierten Ansatz zu begegnen, kann auch andere inspirieren und motivieren, ähnliche Haltungen zu entwickeln. Unser heutiges Fazit Der Weg zu einer besseren Welt Die Welt zu einem besseren Ort zu machen, erfordert keine großartigen heroischen Taten. Oft sind es die kleinen, alltäglichen Handlungen, die die größte Wirkung haben. Indem Du Freundlichkeit zeigst, nachhaltig lebst, Dich freiwillig engagierst, Wissen teilst und achtsam bist, kannst Du einen bedeutenden Beitrag leisten. Die Kombination aus persönlicher Entwicklung, Gemeinschaftsbildung und einem positiven Einfluss auf andere kann eine Kettenreaktion auslösen, die weit über Deine unmittelbare Umgebung hinausgeht. Jeder von uns hat die Macht, positive Veränderungen herbeizuführen. Indem wir diese geheimen Möglichkeiten nutzen, können wir gemeinsam eine Welt schaffen, die voller Frieden, Harmonie und Liebe ist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald! Zuhören und bis bald!